Gude aus Chiang Mai, meine Lieben. Ja, erstmal ein kleines Update zu Corona. Man hört hier in den Medien, glaube ich, noch viel mehr als jetzt so in Deutschland, was ich so mitbekommen habe. Aktuell sind es ein paar an 30 Fälle hier in Thailand. Und ja, Chinesen sieht man hier zumindest in Chiang Mai so gut wie keine mehr, außer die, die hier wohnen. Und ja, Touristen aus China nicht mehr vorhanden. Die Hotels und Restaurants und alles, was so damit zusammenhängt, machen jetzt lange Gesichter, weil hier gibt es keine Lohnfortzahlung in dem Sinne, wenn man nicht beschäftigt ist. Das heißt, viele Leute sind jetzt ohne Arbeit, sei es der Busfahrer, sei es die Hotelangestellten, die natürlich dann auch nicht mehr so viel zu tun haben, weil die meisten Hotels ja dann von den chinesischen Touristen gelebt haben. Ja, all das sind Auswirkungen, die Chiang Mai zurzeit zu verkraften hat. Und ich denke, das sieht in anderen Teilen des Landes ja auch nicht anders aus. Ja, also, gestorben ist scheinbar noch keiner hier in Thailand. Gott sei Dank. Aber, naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich trage meine Maske nach wie vor, obwohl ich mit Sicherheit zu den 10% gehöre, die das noch tun. Aber ich bin da lieber etwas vorsichtiger als zu leichtsinnig. Und mag sich jeder verhalten, wie er will. Ich habe meine Entscheidung so getroffen, dass, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, meine Maske immer noch dabei ist. Ja, so ist es halt. Dann war ich mal beim Bahnhof und habe euch da mal ein paar Aufnahmen von gemacht. Die kommen jetzt im Anschluss. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Und schauen wir mal, was die Zukunft hier bereithält in Sachen Coronavirus. Abonnios und, naja, wenn euch das Video dann gefallen haben sollte, dann bitte schön ein Däumchen nach oben geben. Das wäre super. Und den Rest kennt ihr ja. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao, viel Spaß mit dem Video. 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 Ciao, viel Spaß. Ciao, viel Spaß mit dem Video. 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 Ciao, viel Spaß. 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 Ciao, viel Spaß mit dem Video.